Hallo, willkommen zu Finlay und Mela. Ja, ich habe hier alle meine Nächsten. Und was denkt ihr? So geil, habt ihr schon. Nächste neue Xbox. Ich bin schon super gehypt. Ich werde mit dieser Packung genau mal anfangen. Und zwar packe ich hier erst mit der Pack plus der Online-Code drei Karten von hinten nach vorne, wie man es kennt. Schaut. Und jetzt ist halt hier ein. Schilabell. Schilabell. Eine N.A.G. Karte. Kabutus. Stompfossil. Ich glaube Spock. 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 Rilu. Stilu. Froxy. Monozypto. Froxy. Phoenix. 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 Oh mein Gott. Was ist das? Weißer Kyrem. Weißes Kyrem. All das. Cool. Und Lucario Hose. Nein. Ich meine Hose aber... Ach du meine Güte. Schaut euch dieses Pokémon an. Es gibt... Ist das schwarze Kyrim? Weiße Kyrim. Weißer. Weiße Kyrim. Und schaut mal was ich jetzt hab. Schwarzes, weißes... Weißes Kyrim. Weißes Kyrim. Aber Ultrakills Artwork hat der... Da kommt noch ein Mittel in meine Sammlung. Auf jeden Fall. Das war ein Hammer erstes Unboxing. Auf jeden Fall ist das schon mal erledigt. Und jetzt. Seid ihr echt gehypt auf diese Box? Und zwar haben wir erstmal diese X. Mega, mega geiles Artwork. Mama, die kommt erstmal nicht mit. Dann packe ich das hier weg. Dann den Online Code packen wir nach Seite. Und schauen uns die Packs an. Ein XY Pack von dem genau gleichen der hier ist. Cool. Welches machen wir jetzt auch? Ich würd mal sagen mit die älteste Serie. Das ist ja Turbofieber, wa? Ja, Turbofieber ist auch dabei. Da drin kommt immer noch ultra geile EX entziehen. Und ich glaub ich hab schon was gesehen. Nein, es war der Online Code. Es war der Online Code, den ich gesehen hab. Drei Karten von hinten, vorne und... Oh, der hat sie jetzt... Ich halte sie jetzt fest. Flunkkiefer. Schirurgs Geistesbund. Gerhardus Geistesbund. Ja. Alget. Korosone. Radfatz. Radfatz. Zierputzer. Kamau. Was ist denn los? Nix? Nix dabei. Aber immer nächstes Pack. Man kann es immer Glück haben. Oh, jetzt kommen die geilen Artworks wieder herbei. Das seh ich schon. Psi, ich hab nur noch den Online Code gesehen. Was bin ich das abgewöhnt halt zu schmuggeln? Na, besser wird. Was ist das? Feentropfen. Crekelio. Caputo. Das Pokéball hatten wir grad eben. Das hatten wir grad, Phoenix. Snoopbull. Jorup. Bronzel. Baumboll. Wieder nicht. Wieder nicht. Wieder nicht. Wieder nicht. Hoffentlich bin ich das nächste Pack. Hoffentlich bin ich das nächste Pack. Ich meine, ich bin nicht zufrieden mit den Rollo. Die ich da hatte. Die hab ich jetzt doppelt. Ich hatte sogar plus ein Pack. Amonitas. Görenntalent. Knuffelduff. Knuffelduff. Seekukitz. Seekukitz. Ich meine, das sind alle Namen. Pumelduff hatten wir eben schon mal, wa? Pumelduff, ja. Phoenix hatten wir auch schon. Snoopbull hatten wir auch gerade. Ohhhh. Holo. Das war keine Holo, oder? Doch ist es. Das ist eine Holo? Der wird schon glänzt. Ach ja, genau. Hast du eine Holo, eine Glitzi und was? Oder was ist das da? Eine Holo und eine Glitzi. Cool. Na ja. Wir haben noch ein Pack. Das letzte Päckchen. Die Ausbeute war jetzt nicht so groß heute. Ja, das muss ich schon echt sagen. Die letzten Pack Openings. Hatten wir mehr Glück. Oh, zum Glück hat niemand die nächste Päckchen gesehen. Das wäre ich ausgeflippt. Auf jeden Fall. Ich muss bitte mal hier diese letzte Päckchen nachholen. Imaraktor, glaub ich. Ego, ist auch nicht. Isakla. Ach ja, ja. Ich kann nicht mehr schmulen. Schattenkreis. Schattenkreis. Irbis. Dudu. Dudu. Sterndu. Sterndu. Energie. Parfil. Was ist das? Oh. 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 Nein. Hast du die schon? Nein. 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 Habe ich nicht. Cool. Habe ich nicht. Aber die ist in der nächsten Box. Wie? Die ist in der letzten Box. Ah. Ach so. Ah. Dann brauchen wir die Box noch nicht mehr kaufen. Alle drei Boxen. Wie Kitschika. Wie Kitschika. Yes. Ich glaub's nicht. Zwei. Unser Ausbeute. Exner. Und wieder massenweisen Karten, die kein Mensch braucht eigentlich. Doch. Auf jeden Fall hatten wir diese Holo, die ich schon mal hatte. Dann haben wir halt noch weißes Q-Wim. Dann noch weißes Q-Wim. Dann haben wir diese X noch drin. Dann hatten wir diese X gezwungen. Und die ist einfach nur, dass ich alle drei Xen habe. Cool. Na siehste. Ich bin so geflasht. Echt jetzt. Kein Scherz. Na ist doch schön. Und wieder Hafenmeisterkarten. Ich flipp doch! Borg aus! Und unser Geld und meine coolste X, die ich hier verliebe. Sieht keiner. Die drei. Welche ist hier von die Besten? Oh. Ich schreib's zur Garde. Danach die und die. Und natürlich könnt ihr die zwei Holus und Pfizzis. Oh mein Gott. Die wirbt doch noch morgen aus. Und die zwei Xen liebe ich. Und jetzt hab ich alle drei. Die sehen schick aus, ja. X-Bogen. Hat der eine als Angriff. Mhm. Immerhin wir brauchen. Und immerhin Geld gespart. Genau. Für die nächste neue Serie. Die bald rauskommen wird. Mhm. Für einen Daumen hoch. Ich öffne mal dann halt ein paar... Packs. Neue, alte Packs. Oder mit einem Daumen runter. Ich öffne nur noch die normalen. Also. Entschaltet euch. Alte oder normale. Auf jeden Fall. War es doch ein mega geiles Unboxing. War super gewesen. Ganz toll. Und schön mit dir. Gebt einen Like auf die Folge. Die war wirklich overnight. Schön mit dir. Und Peace. Doppel Peace. Doppel Peace. Doppel Peace. Doppel Peace.